Ein zweites Mal in Folge wollen wir da auf keinen Fall verlieren. Dementsprechend kann man sich auf ein Spiel einstellen, was dasselbiges verhindern sollte. Wir haben einen sehr guten Kader. Wir haben Spieler, die wir neu dazugeholt haben. Wir haben Spieler, die schon länger da sind und auf der Bank sitzen. Die aus unterschiedlichen Gründen die ersten drei Pflichtspiele zuschauen mussten. Wir haben ein paar Fragezeichen. Matthias hat so einen Bänderriss in der Hand von gestern. Serge hat ja auch einen knöchelnden Ausriss im Handgelenk, hat einen Gips plus Adduktorenprobleme. UPA hat einen Schlag aus Viehblarköpfen gekriegt, da wissen wir auch noch nicht, ob er spielen kann. Jamal wird Stand jetzt eher ausfallen, hat so eine Zerrung. Wir werden schon was umbauen. Es waren auch zwei Wechsel geplant in der ersten Elf. Das ist auch eine ganz nette Botschaft, dass die Spieler jetzt nicht denken, sie spielen nur, weil ein anderer verletzt ist. Wir haben zwei Wechsel geplant gehabt. Jetzt werden es vielleicht drei, aber mehr werden es nicht im Normalfall. Außer es bricht jetzt noch eine flächendeckende Diarrhoe aus. Aber ich glaube, die Köche haben gut aufgepasst, dass das nicht passiert. Es gibt, glaube ich, keinen Trainer auf der Welt, der sagt, ich verzichte freiwillig auf die aktuell besten Spieler, um vielleicht einen spielen zu lassen, der vielleicht ein bisschen hinten dran ist. Dann gibt es irgendwann mal, wenn man die Option hat, Rhythmusvergabe. Aber wir sind halt immer noch Bayern München und da geht es halt darum, das wissen wir dasselbe. Jetzt haben wir zweimal gegen Wolfsburg gespielt. Dann haben alle gesagt, ja, das war okay, aber es war halt ein 2-0. Und wenn ich jetzt fünfmal rotiere und wir spielen 1-0 in Bochum und gewinnen 1-0 in Bochum, dann sagt keiner, der Trainer ist so herzlich, hat fünfmal rotiert. Jetzt sagen alle, wie dumm ist der, er wechselt seine beste erste Elf gerade aus. Die spielen super Fußball und jetzt gewinnen sie dann nur 1-0. Ich habe jetzt zuletzt wenig gewechselt aus genannten Gründen und werden jetzt zwei-, dreimal rotieren, je nachdem wie der Verletztenstand ist. Wenn ich jetzt drei Spieler wechsle, sind das ja schon 30 Prozent von den zehn Feldspielern. Das ist richtig. Das ist ja gar nicht mal so wenig.